Hallo, herzlich willkommen zu Quarantänetag Nummer 31. Ich spiele heute ein Lied von Dead by April, As a Butterfly. Um euch vorzuwarnen, das ist eine Dark Metal Band. Es ist zwar auf der einen Seite hart, aber auf der anderen Seite auch so wunderschön. Und außerdem ist Markus Rosell einer meiner Lieblingsschlagzeuge. Und jetzt noch eins, schüttelt euer Haupthaar. Eko, spiele As a Butterfly von Dead by April. Eko, 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 spiele As a Butterfly von Dead by April. Ich kann das nicht auf Tünen abspielen. Ich kann Eisbär Best of Life von Dead by April in deiner Musikbibliothek nicht finden. Eko? Ich kann das nicht auf Tünen abspielen. Ey, diese Dumme. Ich kann Elsa Butterfly von Dead by April in deiner Musikbibliothek nicht finden. Eko? Ich bin mir leider nicht sicher. To and A Half Men Quiz ist aktiviert. Eko, stopp! Das weiß ich leider nicht. Dein Ernst? Eko? Ich kann FFH3 von Dead by April in deiner Musikbibliothek nicht finden. Eko? Ich kann das nicht auf Tünen abspielen. Ich kann Elsa Butterfly von Dead by April in deiner Musikbibliothek nicht finden. Ich bin halt so sauer. To and A Half Men Quiz ist aktiviert. Eko, stopp! Spiele As a Butterfly von Dead by April. Ich kann As a Butterfly von Dead by April in deiner Musikbibliothek nicht finden. Ich kann es aber Tafagi ver... Ey, scheiße! Ich kann As a Butterfly von Dead by April in deiner Musikbibliothek nicht finden. Ey, Eko? Eko? Hallo? Hi. Eko? Hab eine gute... Ich bin mir leider nicht sicher. To and A Half Men Quiz ist aktiviert. Eko? Stopp! Dieser scheiß Skill. Eko? Eko, stopp! As a Butterfly von Spotify. und eine neue Menge Spiel greife. Inputation. Tafamin-Eko! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020